Hi, ich bin Jonas vom Recording-Blog und neulich habe ich mal in einem Video über VCA-Fader gesprochen. Und viele haben mich gefragt, was ist denn das? Kannst du mal ein Video dazu machen? Und wenn du auch dazu zählst und dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Mix-Praxis hier in meinem Recording-Blog, in meinem Kanal, in dem es mir darum geht, dir mit meinen Tricks ein bisschen weiterzuhelfen, damit du deine Musik schneller und abwechslungsreicher mischen kannst und damit sie hinterher vor allem noch besser klingt. VCA-Fader sind heute unser Thema und VCA-Fader sind ja eigentlich ein Relikt aus alten Zeiten, also aus alten analogen Zeiten noch. VCA steht für Voltage Controlled Amplifier und damit ist gemeint, dass man mit diesem Voltage Controlled, also mit einem federgesteuerten Verstärker, verschiedene andere Kanäle steuern konnte. Das heißt, wenn man das Schlagzeug zum Beispiel auf einer analogen Konsole auf 20 Kanälen liegen hatte, konnte man die alle in diese VCA-Gruppe reingeben und dann mit einem einzelnen Fader dafür sorgen, dass das komplette Schlagzeug lauter und leiser wird. Jetzt wirst du sagen, ja, das kann man doch auch mit Bussen in modernen DAWs machen. Warum überträgt man denn das Prinzip der VCA's auch auf moderne DAWs? Ganz einfach, es gibt den ein oder anderen kleinen Vorteil, den man gegenüber Busarbeit mit dem VCA machen kann. Und welche das sind, das zeige ich dir gleich mal am Beispiel von Logic. Das, was ich dir gleich zeige, ist aber auch übertragbar auf jede andere DAW. Also sei es nicht nur neben Logic, sondern auch Studio One, Cubase, Pro Tools und wie sie all heißen, Fruity Loops, vergesse ich immer ganz gerne. Das Prinzip ist überall das gleiche, deswegen sind diese Tricks gleich auf jeden Fall universell anwendbar. Wenn dir dieses Video gefällt, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Wenn du noch kein Abo abgeschlossen haben solltest, ist dies definitiv der beste Zeitpunkt, das mal in Erwägung zu ziehen. Und jetzt schauen wir erstmal ins Beispiel rein. Also los geht's! So, dann sind wir schon im Mix und schauen wir mal rein. Ich habe hier gerade bei diesem Song jetzt mal alles ausgemacht, was nicht Schlagzeug heißt. Und im Moment klingt es dann so. Ganz normales Schlagzeug. Und ich habe das Schlagzeug natürlich traditionell auf einen eigenen Bus geroutet. Den habe ich hier hinten. Der heißt Drum komplett. Und darüber kann ich die komplette Lautstärke des Schlagzeugs führen. Wofür brauche ich also einen VCA-Fader? Denn wenn ich hier anmache, kann ich über die Steuerung dieses Podis oder indem ich das jetzt automatisiere, folgendes machen. Lauter oder eben leiser. Also ganz einfach. Ich brauche also gar keinen VCA. Nicht ganz richtig, denn ein VCA kann nochmal Sachen, die eben die Automation dieses Busses nicht kann. Und das ist zum einen folgendes. Denn wenn ich jetzt mal hier diesen Bus wirklich komplett runterziehe, die Lautstärke, dann wirst du sofort hören, was passiert. Nämlich folgendes. Die Räume, die ich auf dem Schlagzeug drauf habe, sind immer noch zu hören. Das heißt, wenn ich die Lautstärke vom Bus runterziehe, dann werden nicht automatisch auch die Lautstärken von den Räumen, die ich beschickt habe, über verschiedene Busse reduziert. Das heißt, das Verhältnis zwischen trockenem Schlagzeug und den Räumen, die ich dafür angelegt habe, verändert sich. Das heißt, es ist jetzt nicht gerade so, dass sich da nur die Lautstärke verändern, sondern durchaus auch die Verhältnisse zwischen den einzelnen Instrumenten. Und um das zu verhindern, kann ich jetzt einfach mir hier mal meine Schlagzeugspuren nehmen. Also, dies fängt bei BaseJump an. Meine Spuren sind ja mal rot fürs Schlagzeug. Und wenn ich hier bei Logic gehe, dass wenn ich hier rechts draufklicke, einfach mal einen neuen VCA erstelle, dann sind automatisch, wie man hier sofort sehen kann, jetzt bin ich gerade nach rechts gesprungen im Misch, aber ich gehe mal eben wieder zurück hier, dann kann man hier sehen, dass alle Schlagzeugspuren hier der VCA-Gruppe 1 zugeordnet sind. Die kann ich jetzt noch anders benennen, aber die sind jetzt erst mal alle der einzelnen VCA-Gruppe zugeordnet. Und hier rechts ist dann dieser VCA-Fader entstanden hier auf der rechten Seite. Den lassen wir jetzt einfach mal VCA 1 heißen. Ich könnte ihn noch umbenennen und ich könnte auch die Farbe ändern, aber wir lassen es jetzt einfach mal nur so zu Demonstrationszwecken. Denn wenn ich jetzt am VCA-Fader für diese VCA-Gruppe drehe, dann passiert Folgendes. Das ganze Schlagzeug wird leiser und die Verhältnisse zwischen Schlagzeug, also zwischen den Trommeln, zwischen den Hallräumen, die ich aufgesetzt habe und so weiter, bleibt komplett erhalten. Das heißt, ich kann mit einem Fader das komplette Schlagzeug in der Lautstärke regeln, ohne dass ich die Lautstärkerverhältnisse der einzelnen Instrumente untereinander anfasse. Und das noch nicht genug, wenn ich das mal rückgängig mache jetzt wieder hier und die Zuordnung zu diesem VCA-Fader zurücknehme, dann kann ich dafür sorgen, dass ich zum Beispiel nicht nur Instrumente, die zu einer Instrumentengattung gehören oder so zusammenfasse, sondern ich kann ja auch einzelne verschiedene Instrumente damit zusammenfassen und mit einem einzelnen VCA-Fader zusammensteuern. Zum Beispiel kann ich sämtliche Synthesizer und die Chöre zusammenpacken, die ich dann über einen Fader in der Lautstärke regeln kann. Oder, wie wir es jetzt mal machen, wir nehmen einfach mal die Bass-Jump, also die beiden Spuren, die für Bass-Jump hier stehen, und den Bass dazu. Das heißt, die packe ich jetzt einfach mal zusammen in eine VCA-Gruppe rein und kann damit die Bass-Instrumente, mal wieder einen neuen VCA erstellen hier, kann die Bass-Instrumente jetzt über einen einzelnen Fader hier einfach regeln. Wenn ich jetzt abspiele, jetzt habe ich mal Schlagzeug und Bass zusammengefasst und den Bass auch angemacht, folgendes. Nehme jetzt den VCA-Fader. Kann ich ein bisschen Energie rausnehmen, indem ich den Bass ein bisschen leiser mache und die Bass-Jump ein bisschen leiser mache und dann zum Refrain könnte man dann ein bisschen mehr Gas geben. Das kann man auch automatisieren. Ich mache das mal eben. Dadurch, ihr habt es gerade gemerkt, dass der Bass und die Bass-Jump sind ein bisschen lauter geworden oder man kann es halt eben leiser machen und wenn man das subtil steuert, dann kann man dadurch die Energie steuern, die man zum Beispiel zum Refrain hin hat. Das heißt, man nimmt es ein kleines bisschen runter vor dem Refrain und fährt es dann irgendwie ein dB lauter zum Beispiel in den Refrain rein. Das heißt, die Bass-Jump drückt ein bisschen mehr und hat ein bisschen mehr Drive dann wahrscheinlich und der Bass ist auch noch ein bisschen lauter und fetter geworden. Das heißt, der ganze Song gewinnt an Energie. Ich kann also nicht nur einzelne Gruppen, die zusammengehören, steuern über den VCA, sondern ich kann auch verschiedene Instrumente, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben und auch über verschiedene Busse zusammengeführt werden oder sonst was anderes, kann ich über einen einzelnen Fader regeln und dadurch ganz toll mit wenigen Fadern am Schluss den Mix nochmal richtig nachsteuern und justieren. Also wirklich ein super praktisches Tool. Einziger Nachteil, man kann mit dem VCA-Fader leider nur die Lautstärke machen. Das heißt, der ist nur dafür da, die Lautstärke dieser Gruppe zu regeln. Man kann keine Plugins drauf machen und die nochmal nachträglich bearbeiten. Man kann kein Panorama ändern, das kann man alles nicht machen. Aber das eine Ding, das macht er wirklich gut. Ein One-Trick-Pony, sehr praktischer Mix. Und wenn man sich dann zum Beispiel acht Gruppen festmacht, also eine Schlagzeuggruppe oder eine Bassgruppe, dann noch die Chöre, Gesang und so weiter, dass man insgesamt auf acht Gruppen kommt und dann sich so eine praktische Box kauft, die man über MIDI anstört und die so acht Fader hat, dann kann man den kompletten Mix über acht Fader hier quasi nochmal nachfahren und nachspielen, wie in den alten Zeiten, aber manchmal auch ganz praktisch, dass man einfach nur nach Gehör nochmal die Lautstärkeverhältnisse fahren kann. Sehr lustig und sehr, sehr praktisch auf jeden Fall. Man kann sich daran gewöhnen, man sollte sich daran gewöhnen, immer häufiger damit zu arbeiten, denn der VCA hat auf jeden Fall einen großen Vorteil gegenüber dem Bus und den haben wir gerade gesehen. VCA-Fader sind also nicht nur ein Relikt aus alten Zeiten, sondern in heutigen DRW-Zeiten auch locker noch einsetzbar und sie haben einige Vorteile gegenüber den Bussen, wie wir gerade sehen konnten. Und damit kommen wir auch schon zur Frage der Woche. Was hast du bisher mit VCA-Fadern angestellt oder hast du überhaupt damit gearbeitet? Und wenn noch nicht, vielleicht hat dich dieses Video inspiriert, mal das ein oder andere Problem, was du bisher hattest, darüber zu lösen. Schreib es uns unten einfach in die Kommentare rein und denkt daran, die Community lebt davon, dass ihr auch die besten Tricks unten reinschreibt. Denn die besten Tricks kommen nicht nur von mir, sondern die kommen von euch, wenn ihr sie unten reinschreibt und wir sie alle lesen können. Also schreibt mir fleißig, vernetzt euch untereinander und macht Kooperationen, denn so macht es nur wirklich richtig Spaß. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Wenn dir dieses Video gefallen hat, drück auf jeden Fall auf den Daumen-Hoch-Button und mit dem Abo bleibst du auf dem Laufenden. Vergiss nicht das Klingelchen da beim Abo-Button, dann wirst du auch informiert, wenn das nächste Video rauskommt und wir sehen uns dann nächste Woche Video. Bis dahin wünsche ich dir die beste Woche, die du haben kannst. Mach's gut und Yasu!